ARD Text im Auftrag von Funk Ja, und bei mir war auch gemeldet Mein Ding Ist das richtig so? So 3, 4, 5D Was ist hier los? Ich weiß nicht, ob sich hier der Boden öffnet, wenn man hier rüber... Ähm, nee Okay Hä? 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 Da wird ein Weg vorhergesagt, glaube ich. Oder wenn die dann auch... Ah. Wir müssen den Nebenstein machen. Okay. Die bleiben immer gleich. Okay. Stell dich mal auf den anderen da drüben, der leer ist noch. Ach nein. Ja. Mach doch gleiches. Okay. ok was ist denn jetzt hier los hat man ja mal zwei okay das kaleidoskop ist wirklich ganz schön scheiße äh wo bin ich weiß es nicht okay das ist richtig zurück das ist ein nimmig idiot und gibt es auf einer seite noch eins wird sich das geld auf also ein stück daran dann kann ich doch blaue noch mal kommen sie auf anderen seite Es ist sehr komisch hier. Lass mal los. Und guck mal, was sich da bewegt. Vielleicht komm ich hier. Doch, Mama! Wo muss ich hin? Ich glaube nicht, dass du runter musst, oder? Ich glaube, man hätte es da oben bleiben müssen. Schuss! Und jetzt, äh, müssen wir so, so? So. Boah, jetzt ist er von der Wand abgesprungen. Das nächste Mal lasse ich ihn einfach an der Wand hängen. Und dann musst du auf das Blaue und dann... Das Geräusch, das nervt, hör. Boah, jetzt gibt es nicht. Warte, bleib um! War ein bisschen zu schnell. Jetzt. Jetzt bleib hier hin. Janko, muss ja, glaube ich, das Blaue sein. Das jetzt hier? Okay, das war schon ein bisschen ekelhaft, ne? Ja. Ich will hier raus. Ich will hier raus, ich will hier raus. Hm. Das ist toll. Ja. Ja, da ist sie. Der Elefant. Was ist denn da? Ja. Das ist einfach. Wir müssen uns einfach die Magik. Ja. 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 Ja, ja. 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 Was? Besuch mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.